Hi Leute, wir probieren heute mal die Kekse, die wir mit den Meris gebacken haben, aus. Ob es den Meris schmeckt, also Happy Cookie Prinzessin, ob es denen schmeckt. Und ja, das sind Möhrenapfelkräuterkekse. Und ja, wir werden jetzt mal gucken, ob es denen schmeckt. So, wir werden das jetzt mal an den süßen Arf probieren. Mal gucken, ob sie überhaupt Lust darauf haben. So sehen die Kekse aus. Wir haben auch noch Herzen gemacht, aber zum Arf probieren, erst mal die. Und die sind voll, ja, die riechen lecker. Dahinten ist Prinzessin. Ich glaube, ich werde jetzt mal diese Klappe hier aufmachen. Mal gucken, ob sie kommen. Buffy findet schon mal interessant. So, mal gucken, ob die Prinzessin Lust darauf hat, also sie schnüffelt. Komm Prinzessin, es riecht ja, es ist. Und es riecht lecker. Komm her. Komm. Komm, Schatz. Hier. Komm. Komm. Keine Lust. Vielleicht, wenn sie im Häuschen sitzt. Na, komm her. Hier. Prinzessin scheint so, als würde sie es nicht wollen. Sie isst lieber das Gemüse. Und das ist mit Cookie und Happy. So, da sitzt die Cookie. Und hier ist meine Hand. Die habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Da ist der kleine Happy. Warte mal. Ich mache das. Naja. Okay. Sie haben keinen Bock auf die Kekse. Manu. Happy. Oh. Das ist ein Schösser. Was, Prinzessin? Ja, Prinzessin hat es angebissen. Ja, Prinzessin mag sie. Ich kann das schlecht sehen, ne? Oh, blöd. Ähm. Ja. Ja. Ich kann das sehen. Ja, man muss gut schauen. Mach. Du bist klar. Also, Prinzessin mag sie Tegel. Ähm. Sie können auch nicht fühlen, Funky, ähm, und Hoppy ist mit aufgewickeltem Augen da und hat tschüss. Und Funky hat keinen Bock. Ja, damit ist das Urteil zu sagen, sie fangt jetzt nicht sowas von überaus darauf ab, aber... Das ist Prozessin, Maxi! So, ich hab das heute jetzt mal kurz rausgetan, damit ihr jetzt ein bisschen mehr sehen könnt. Die Prinzessin hat auch keinen Bock auf Cookie drunter. Ich kann die mal rausholen. Also, die haben jetzt keinen Bock mehr, das zu testen. Ähm, deshalb würde ich sagen... Ähm, sie sind tatsächlich durchgefallen, aber sie sind jetzt nicht die beliebtesten. Dann, tschüss und bis demnächst! Ja. Ja.